Drücken Sie den Ein-Ausschalt-Knopf und halten Sie ihn für einige Sekunden gedrückt, bis das Display erscheint. NoNo hat drei Behandlungsintensitäten, niedrig, mittel und hoch. Der Knopf, der die Behandlungsstufe anzeigt, erscheint zuerst. Wählen Sie die Intensität, indem Sie den Schalter unter dem Display drücken, bis das gewünschte Wärmeniveau erscheint. Beginnen Sie mit der niedrigsten Behandlungsintensität und steigern Sie langsam.